Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chivalry Deadly's Warrior. Die Runde hat vor ein paar Minuten begonnen und wir beginnen mal meinen Leuten hier Gesellschaft zu leisten. Jo, gerade eben haben die Ritter gewonnen. Schön, oder? Wenigstens mal nicht die Piraten. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir diesmal wieder erfolgreicher sein können. Ich habe gerade mal einen getötet. Bin noch nicht sehr gut drauf hier, scheinbar. Oh Mensch, wieso habe ich gerade Legs? Okay, er tötet ihn, scheinbar. Okay, er wehrt alles ab, sogar meine dritte. Okay, ja, haben wir die Ritter ausgelöscht. Ja, haben wir die Ritter ausgelöscht. Ne, ein paar Ritter gibt es noch, okay. Okay. WTF, wer hat mich da angegriffen? Ha! Meine ganze Familie hat dir dankbar. Okay. Oh Mensch. Okay, das war... So, den habe ich getötet. Oh Mensch, ja. Okay, die Waffe ist nicht meine Waffe. Das kann ich jetzt eindeutig sagen. Und darum nehme ich eine andere. Primär vielleicht mal so eine. Hm, die hier klingt eigentlich ganz gut. Speed-mäßig. Reichweite-mäßig. Der Snaginata. Wir nehmen mal das Snaginata. Und schauen mal, wie wir damit umgehen können. Jo. Das ist eben, wenn man mal wieder ein bisschen was testet. Haha. Jo. Piraten. Einer nur noch. Und noch ein paar Wikinger. Zwei Wikinger, ein Pirat. Oh. Verlässt euch da mal zu gucken. Jo. Der rennt lieber weg. Dann ist es eigentlich schon... Bissigilte Sache. Ja. Ich bin nicht Meta-Flight. Auch wenn da gerade... Sein Name steht. Ach, jetzt habe ich ihn weggemacht. Sehr schön. Fool for love. Haha. Ja. Jo. Oh, da habe ich Schaden bekommen. Das war natürlich Schlau von mir. Okay. Wir könnten, aber der ist sowieso nicht... Okay, den haben wir einfach... Den hat er einfach getötet. Unser Stinger. Okay. Miss Cat. Okay. Renne doch nicht weg, du Bastard. Ich bin auch sehr schnell. Schau, wie schnell ich bin. Haha. Ah. Der rennt immer noch weg. Schau dir das mal an. Ich warte einfach, bis ich nahe bin. Ah. Hä? Hä? Was bringt das so... Ewig wegzurennen, weißt du? Gar nichts. Tot ist er. Messgerl. So. Dummer Ninja. Ich schwör dir. Warte, er hat irgendwas geschrieben? Ne. Dachte schon. Naja. Wo sind unsere anderen? Die laufen da rum, okay. Oh, bis aus einem hat jeder von uns sonst überlebt, wie es aussieht. Okay. Okay. So, ich bin geheilt. Also können wir auch mal hier rumlaufen. Aber der war schon tot, bevor ich was machen konnte. Okay. Okay. Okay, da rennen die einfach dumm rum. Ja, den habe ich getötet. Sehr schön mit meinem Pfeil. Hätte ich auch gar nicht anders geschafft aus der Entfernung. Okay, aber Pfeil und Bogen ist eben auch mal nützlich. Okay, ich fürchte. Ne, da. Wir haben es überlebt. Okay. So, es gibt nicht mal viele Feinde, glaube ich. Die Runde ist also für uns entschieden, denke ich mir. Jo. Hm. Samurai, make his own path. Ja. Oh, Piraten. Noch einen Sieg und stimmt, die hätten dann auch gewonnen. Na gut. Wir sind bei zwei. Fehlt noch ein Sieg, dann haben wir gewonnen. Piraten aber auch. Okay, meinser. Sagt aber nichts. Yeah. Okay, ja, das ist nett. Sehr ehrenhaft, meine Samurai's. Spartan. Ja, ja. Jo, wir sind viele Samurai. Das stört manche Schamber. Jo, wir sind gleich auf mit den... Spartanern da unten. Jo. 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 Da haben sich wohl manche also beschwert und darauf hat man auf die Spartaner verwiesen. Ja, wir müssen mal... Okay, der ist tot. So. So, der ist auch tot. Und der ist auch tot. Okay. Was auch immer er gesagt hat. Ja, was auch immer er gesagt hat. Okay, wir haben... Oh ja, den stelle ich noch als Leiche. Ja. Äh. Ich glaube, wir haben gewonnen. Da. So. Okay, was machen wir noch? Jo, da unten sind noch ein paar Wikinger. Die sind auch zusammen. Äh, ja. Gut. Wir haben noch keine... Wir haben zwei nur verloren. Und zwar die höchsten. Jo. Die haben aber viel für uns getan. Da sind noch vier. Ach, Spartaner haben wir auch noch übrig. Okay, okay. Mal sehen, wie der Kampf wird. Oh, wir sollten uns beeilen. Ich denke mal, da, wo diese Totengesichter drauf sind. Das sind unsere Feinde, wie es aussieht. Okay. Spartaner. Verreckt. Hahaha. Oh. Okay, wir haben es gewonnen, glaube ich. Wer war dein Master? Ich bin der Hand. Da. Ich möchte sie bekämpfen, wie ehrenhafte Volkkämpfer. Nein. Okay. Okay. Ich sehe nichts. Äh, ja. Hahaha. Äh. Okay, das war random. Mal wieder. Okay. 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 Machen wir aber weiter. Trotz allem. Akropolis. Sehr schön. Was ist denn? Akropolis nicht Kriecher? Äh, Kriechen meint nicht Kriecher vor allem. Nochmal Spartaner. Die Waffe hat mir sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Möglicherweise ist die genau das, was ich brauche. Ja. Genau. Wir Samurai sind, ehrlich gesagt, ziemlich weit in Führung, ja. Also, kann es sein, dass es deswegen daran liegt, dass es nur ein Last-Team-Death-Match-Server ist? Äh. Egal, wir hatten keinen anderen Zorber zur Verfügung. Tut mir echt leid. Okay. Ja, Piraten, hä? Haha. Der hat nichts gemacht, also sie abschlachten lassen, BTF. Na gut, ich bin runtergefallen. Das ist sehr schick. Ah, da sind Gegner. Ah, ich trenne da mal hin. Schnell. Okay, der ist tot. Ah Mist, der ist auf jeden Fall tot. Von ihm oder was? Also echt, gemeiner Ritter hier. Oh, der ist nicht schlecht, der hat den weggetreten, aber da konnte ich ja nicht. Okay, da ist einer. Aber ich glaube, mein Team merkt das nicht. Ah. Ja, das haben wir bestimmt mitbekommen. Ja, hier sind auch noch welche. Okay, ich mische mich da einfach ein. Und schaue, ob ich irgendwas treffe. Oh. Der hat auf jeden Fall getroffen. No, Mist, Kerl. Oh, nee, nicht getroffen, natürlich. Ah, egal. Ich habe fast die ganze Energie voll. Also reicht den Wikinger hinterher. Okay. Oh, nee, ich habe auch jemanden getötet, der mich füsten wollte oder so. Okay. So, ich heile mich wieder. Das ist eine sehr gute Sache, denke ich mir. Oh, das war auch ein Toter. Wir Summerei haben keinen einzigen verloren. Oh. Hm, was noch? Da ist also ein... ...ein Ninja, hä? Oh, Mensch, da hat er mehr Rauch. Oh, Mist. Okay, der hat mich vorher getötet. Ach so, das ist Team Deathmatch. Habe ich gar nicht gewusst. Hahaha. Oder ist das die nächste Runde? Keine Ahnung. Mein erster Tod jedenfalls. Habe zwar nicht viel getan, aber... ...wir haben überlebt die ganze Zeit. Hahaha. Interessante Sache, oder? Hm. Gut. Hahaha. Hahaha. Eine Schreiter, der Rest macht mit. Hahaha. Das ist, äh... Wie nennt man das? Gruppeninstinkt? Gruppen... Gruppenzwang? Haha. Möchte... Nee, nicht reinrennen. Kann nichts machen dann. Naja, egal. Aber ich war... ...gedankenlos, mich dann gerannt, ...ob nur zu... ...vor zu bemerken, also vor zu checken, ...ob die Leute tot sind, meine Feinde. Naja. Okay. Ach, shit, das war zu niedrig. Oh, oh. Okay. Bevor er irgendwie... ...naja, hier. Der hat mir shit hier. Okay. Hä, to order team. Okay, jetzt bin ich... ...einen Spartaner. Den wollte ich auch sein. Genau, egal. Kann ich jetzt nichts dran ändern, ...wie es aussieht. So. Black Team. Black ist das also. Hm. Ist bestimmt schlau von mir, ...hier rein zu rennen. Das ist ja toll, dass ich ein fucking Spantaner bin. Aber darf ich dann wenigstens meine Waffen aussuchen, ...die ich vorhin hatte? Scheifeln. Ja, machen wir so. Oh, Mensch. Haha. Das ist so doof. Ja. Also es ist doof, dass man einfach... ...heingemooft wird, aber... ...so ist das in dem... ...so ist das eben. Oh, Mist, Waffe. Okay, habe ich die überhaupt... Oh, Mist, Kerl. Oh, Mist. Fuck, Kerl. Oh, ich treffe natürlich meinen. Okay, und bin gestorben. Oh, mein Gott. Das war nur big von mir. Richtig schlecht. Oh, da muss ich mich schämen. Für das muss ich mich aber gerade richtig schämen. The shame is on me. Oh, Mist. Habe ich den jetzt getötet? Nee, er. Oh, Mist. Einfach tot. Ach, weil ich immer vergesse, ...dass ich nicht den Herz-Zwing machen kann. Als Spartaner ist das voll doof. Das ist eben die Nachteile. Dafür kann man richtig geil schreien. Ich schreie als Spartaner. Wollt doch jeder schon mal, der den Film 300 kennt. Schreien zu. For Spartaner. So eine Art. Ja, mein Schrei war nicht sehr gut. Ich lasse das. Ich bin leider kein guter Schreier. Ja. Ja, dich töd ich dann. Kann ich nicht irgendwie werfen? Okay, ich renne da wieder so ein bisschen. Okay. Danke, lieber. Oh, oh. Stopp. Er natürlich vor mir. Ein Prozent tötet niemanden. Na, egal. Das funktioniert gerade sehr gut hier alles. Da sehe ich doch einen. Ich... Wie kann ich denn mit dem schießen? So nicht. So auch nicht. Hä? Kann ich den so festhalten und dann schießen? Nee. Ich weiß aber nicht. Haha. Er tötet euch gegenseitig. Ist mir eigentlich egal mittlerweile. Oh, Mistcalf. Verreckendlich. Ja, da bin ich auch gestorben. Also, irgendwie... So mache ich nur den. Ich muss kurz in dem... Zum Echtleiter schauen, wie ich hier... Combat, wie ich schmeißen kann. Parry, Aim, Feint, Zoom, Cancel, Reload, Switch. Ja, ja. Schuf aus, Use, Alternate, Attack. Ist vielleicht so? Durch die Alternate-Attacks? Nee. Auch nicht. Nee. Hä? WTF? Der Server spinnt gerade. Oder mein Spiel. Mein Computer? Ich weiß es nicht. Nee. Tatsache. Ja. Ich weiß es nicht.